Mein Name ist Barbara Kittelberger, ich bin Stadtekanin der Evangelisch-Lutschern-Kirche in der Region München. Ich möchte Texte von Bertolt Brecht lesen. Zunächst die Ballade gegen den Krieg, die Bertolt Brecht gedichtet hat und von Hans Eisler vertont wurde. Die Ballade gegen den Krieg Als der letzte Krieg vorüber war, gab es Sieger und Besiegte. Bei den Besiegten das niedere Volk hungerte, bei den Siegern hungerte das niedere Volk auch. Die das Fleisch wegnehmen vom Tisch, lehren Zufriedenheit. Die, für die die Gaben bestimmt sind, verlangen Opfermut. Die Sattgefressenen sprechen zu den Hungrigen von großen Zeiten, die kommen werden. Die das Land in den Anklund stürzen, nennen das Regieren zu schwer für den Einfachhund. Wenn die Oberen von Frieden sprechen, Mann auf der Straße, lass alle Hoffnung fahren. Wenn die Oberen nicht Angriffspakte schließen, kleiner Mann, mach dein Testament. Wenn der Krieg kommt, wird sich vieles vergrößern. Es wird größer werden der Reichtum der Herrschenden. Es wird größer werden das Elend der Ausgebeuteten. Der Hunger, die Ungerechtigkeit und Unterdrückung. Die werden größer werden. Auf der Mauer stand geschrieben, sie wollen Krieg. Der es geschrieben hat, ist schon gefallen. Wenn die Oberen vom Frieden reden, weiß das gemeine Volk, dass es Krieg gibt. Wenn die Oberen den Krieg verfluchen, sind die Gestellungsbefehle schon geschrieben. Wenn die Oberen von Ehre reden, weiß das gemeine Volk, dass es Krieg gibt. Wenn die Oberen uns Ruhm versprechen, sind die Gestellungsbefehle schon ausgeschrieben. Wenn sie reden von großen Zeiten, weiß das gemeine Volk, dass es Blut gibt. Wenn die Oberen von Opfern sprechen, so meinen sie unser Blut. Sie reden von großen Zeiten, von Ehren, von Segen, Marie die Beine nicht. Wenn es zu marschieren kommt, euer Feind marschiert an der Spitze. Die Stimme, die euch kommandiert, ist die Stimme eures Feindes. Wer da vom Feind spricht, ist unser Feind. In der Schlacht habt ihr den Feind im Rücken. General, dein Tank ist ein starker Wagen. Er bricht Wäldern nieder, er zermallt hundert Menschen. Aber er hat einen Fehler. Er braucht einen Fahrer. General, dein Boppenflugzeug ist stark. Es fliegt schneller als der Sturm und trägt mehr als ein Elefant. Aber es hat einen Fehler. Es braucht einen Monteur. General, der Mensch ist brauchbar. Er kann fliegen, er kann töten. Aber er hat einen Fehler. Er kann denken. Das Brot der Hungrigen ist aufgegessen. Das Fleisch kennt man nicht mehr. Der Schweiß des Volkes ist nutzlos vergossen. Aus den Schloten der Monifionsfabriken steigt Rauch. Dieser Krieg ist nicht unser Krieg. Und ich möchte daneben stellen, die Rede für den Frieden, die Bertolt Brecht an den Wiener Völkerkongress für den Frieden im Oktober 1952 gerichtet hat. Das Gedächtnis der Menschheit für erduldete Leiden ist erstaunlich kurz. Ihre Vorstellungsgabe für kommende Leiden fast noch gering. Die Beschreibungen, die der New Yorker von den Gräueln der Atombombe erhielt, schreckten ihn anscheinend nur wenig. Der Hamburger ist noch umringt von Ruinen und noch zögerte er, die Hand gegen einen neuen Krieg zu erheben. Die weltweiten Schrecken der 40er Jahre scheinen vergessen zu sein. Der Regen von gestern macht uns nicht nass, sagen viele. Diese Abgestumpftheit ist es, die wir zu bekämpfen haben. Ihr äußerster Grad ist der Tod. Allzu viele kommen uns schon heute vor wie Tode. Wie Leute, die schon hinter sich haben, was sie doch vor sich haben. So wenig sie dagegen tun. Und doch wird nichts mich davon überzeugen, dass es aussichtslos ist, der Vernunft gegen ihre Feinde beizustehen. Lasst uns das tausendmal Gesagte immer wieder sagen, damit es nicht einmal zu wenig gesagt wurde. Lasst uns die Warnungen erneuern, auch wenn sie schon wie Asche aus unserem Mund kommen. Denn der Menschheit drohen Kriege, gegen welche die Vergangenen wie armselige Versuche sind. Und sie werden kommen, ohne jeden Zweifel. Mit denen, die sie in aller Öffentlichkeit vorbereiten, nicht die Hände zerschlagen werden. Danke. Danke.